Hallo Tux-Tage, hallo Community, hier ist Ralf Herzl, schönen guten Abend aus Zürich. Ich begrüße euch herzlich zum nächsten Vortrag, der von mir kommt und heißt ein freier Podcast von der Planung bis zur Publikation. Ja, wer bin ich? Ralf Herzl, vielleicht kennt man mich noch vom letzten Jahr, da habe ich nämlich auch bei den Tux-Tagen präsentiert, zu unserem Community-getriebenen News-Portal GNU Linux CH. Vielleicht erinnert sich die eine oder andere darüber, wir sind ja in die Fußstapfen von ProLinux.de getreten, die nach 20 Jahren ihren Betrieb eingestellt haben. Das war eben vor anderthalb Jahren und da haben wir uns gesagt, das geht so nicht oder wir müssen freie News und freie Gesellschaft weiterhin auf einem Portal repräsentieren und deshalb haben wir dann in einer kleinen Gruppe die Plattform GNU Linux CH gegründet, wo die Community für die Community schreibt und spricht. Also wir machen nicht nur tägliche News, sondern haben auch einen monatlichen Podcast, um den es auch heute geht. Also es geht nicht genau um den Podcast, nämlich den GNU Linux News Podcast, sondern generell darum, wie man denn einen freien Podcast macht und das Wort frei, da stellt sich jetzt die Frage, ja geht es jetzt da um die Inhalte oder geht es um die Technik, die man verwendet, um den Podcast zu produzieren? Im Fall von dem GLN Podcast ist beides der Fall, weil unsere Themen sind freie Software und freie Gesellschaft, aber wir verwenden selbstverständlich auch nur Open Source, freie Software, um das zu produzieren. Genau. An wen richtet sich dieser Vortrag? An zwei Zielgruppen, an alle, die gerne selber einen eigenen Podcast machen möchten und noch nicht so genau wissen, wie das geht, aber auch an Leute, die bereits einen Podcast machen und vielleicht daran interessiert sind, ja wie machen andere das und kann man da noch was lernen. Ich habe vorher auch schon gepodcastet, das war nämlich der LibreZoom Podcast, den ich zuerst mit dem Torben Stephan und später mit dem Dirk Deimecke zusammen gemacht habe, zwei Jahre lang und bin dann halt in den GNU Linux News Podcast eingestiegen. Das heißt, ich habe jetzt da auch schon fast vier Jahre auf dem Buckel mit Podcast machen und ich kann euch sagen, ich weiß immer noch nicht, wie es geht oder sagen wir mal so, es gibt immer noch Sachen, die schief gehen oder die man besser machen könnte. Genau. Also hier in diesem Vortrag, der ungefähr 40, 45 Minuten gehen wird, vielleicht auch viel schneller, vielleicht auch viel länger, mal sehen, versuche ich alle Phasen von der Planung bis zur Publikation aufzuzeigen. Wenn ich jetzt mal auf die Agenda springe, ich hoffe, ihr seht die zweite Folie. Wir hatten da vorhin beim Test ein bisschen Probleme mit der Bandbreite. Wir haben das Video deshalb ausgeschaltet, deshalb seht ihr mich nicht. Da war die Verzögerung viel zu groß. Ihr seht also jetzt nur noch die Folien. Das ist also das Inhaltsverzeichnis. Worum geht es heute? Zuerst einmal möchte ich mal klären, was ist überhaupt ein Podcast? Da gibt es nämlich unterschiedliche Definitionen, eine engere und eine weitere. Dann erzähle ich etwas zum Konzept, warum man das machen sollte oder auch nicht. Dann komme ich zur Technik und dann seht ihr, habe ich jetzt auf der Folie so einen Pfeil eingezeichnet. Das bedeutet, die ersten drei Punkte, das sind so Dinge in der Vorbereitung. Wenn man plant, einen Podcast zu machen, was gilt es da zu beachten? Alle weiteren Punkte, die dann kommen, also Vorbereitung, Aufnahme, Interviews, Produktion und Publikation, die wiederholen sich jedes Mal. Also jedes Mal, wenn man eine neue Folge vom Podcast aufnimmt, dann wiederholen sich diese Punkte. Genau. Und da gehe ich jetzt durch, durch diese einzelnen Schritte, damit ihr praktisch von Adam bis Eva die ganzen Sachen euch reinziehen könnt. Also erst mal zur Definition. Was ist ein Podcast überhaupt? Da haben wir mal das Wort Podcast. Das ist ein Kofferbegriff. Der setzt sich zusammen aus dem Gerät iPod und dem Begriff Broadcasting, also senden. Und iPod, wissen alle, das war dieses nette kleine Apple-Gerät, auf dem eben so ab 2005 die ersten Podcast-Folgen erschienen sind, veröffentlicht wurden, mit denen man sich das angehört hat. Und deshalb hat sich eigentlich dieses seltsame Wort Podcast entwickelt und ist zum Begriff dieses Genres oder dieses Mediums geworden. Im Grunde genommen handelt es sich um Audioaufnahmen. Da werden Gespräche geführt, Interviews geführt, die in mehreren Folgen stattfinden. In der Regel hat man in einem Podcast mindestens zwei Personen, die daran teilnehmen und maximal vier bis fünf. Also das ist so das, was man in der Regel findet, wenn man verschiedene Podcasts anhört. Typisch ist, dass es sich um Gespräche handelt zu einem bestimmten Thema. Also es geht weniger darum, irgendwelche Musik abzuspielen oder so. Und charakteristisch ist auch, dass das in mehreren Folgen geschieht. Also ich sage mal eine MP3-Datei, wo zwei Leute was erzählen, ist noch kein Podcast, sondern die Wiederholung, die Folgen eines Podcasts machen es eben auch aus. Was auch noch dazu kommt, unterscheiden sich so ein bisschen die Geister. Für mich ist ein Podcast etwas, was abonniert werden kann und wo es ein RSS-Feed dazu gibt, der sozusagen die Klammer bildet. Also der RSS-Feed bildet alle Folgen eines Podcasts ab und enthält auch entsprechende Metadaten zu diesem Podcast. Also so wie Folgenahme, Länge der Folge, Hinweis auf die Shownotes, solche Dinge. Meistens geht es um themenspezifische Inhalte. Also wenn ihr einen eigenen Podcast machen wollt, dann müsst ihr natürlich nicht über Open Source oder freie Software diskutieren oder reden. Ihr könnt auch über Gartenzwerge oder sonst irgendwas diskutieren. Das ist euch überlassen. Mir geht es einfach darum, wenn ihr einen Podcast macht, dann versucht ihn doch möglichst frei zu machen, also mit Open Source. Typisch ist eigentlich auch, dass Podcasts von Amateuren erstellt werden. Es gibt auch so von großen Radiostationen oder auch Fernsehsendern gibt es auch Podcasts. Wenn man da reinhört, dann stellt man immer wieder fest, dass die doch sehr perfekt sind, sehr glatt sind. Also meiner Meinung nach fehlt da immer so ein bisschen dieses Authentische, Natürliche, dass auch mal Fehler passieren können, dass nicht alle Äs und Ös da rausgefiltert werden. Ist aber sicher auch an sich Sache, ob zu einem Podcast gehört, dass er einen gewissen Amateurcharakter hat. Ich denke schon. Verteilt wird so ein Podcast in der Regel über eine eigene Webseite, wo man halt sehen kann, was ist das für ein Podcast, wer macht da mit, worum geht es und wo man auch die einzelnen Folgen des Podcasts findet und dann im Nachhinein, auch noch nachsuchen kann und nachhören kann. Damit man so einen Podcast findet, gibt es verschiedene Podcast-Verzeichnisse. Zu den Bekannten gehören FYYD oder G-Podder. Es gibt die Seite Podcast Index.org und dann gibt es natürlich die kommerziellen Anbieter Spotify, Soundcloud. Wie heißt das? Apple Music. Keine Ahnung. Wo man auch Podcasts einstellen kann. Da möchte ich jetzt auch nochmal den Unterschied machen. Man kann sich natürlich eine komplett kommerzielle Podcast-Plattform klicken. Sowas bieten Google, Apple, Spotify, Soundcloud an. Da kommt man dann aber wieder so ein bisschen aus diesem Do-it-yourself-Ding raus. Da zahlt man in der Regel auch dafür, dass man Folgen hochladen kann. Da muss man sich um wenig kümmern. Also deshalb ist das meiner Meinung nach nicht so der richtige echte Podcast. Sondern der richtige echte hat halt ein RSS-Feed, ist selbst gehostet und man trägt sich einfach bei FYDD, G-Podder oder so trägt man sich ein und die zeigen dann, verlinken dann auf die eigene Webseite, wo man die Podcast-Inhalte findet. Ja, auf so einer Webseite kann man sich dann halt die einzelnen Folgen des Podcasts auch anhören. In der Regel werden aber Podcatcher verwendet. Also Apps auf dem Desktop oder Apps auf dem Smartphone, in denen man dann eine Folge abonniert und die dort anhören kann, wo man dann auch Informationen bekommt, wenn eine neue Folge zur Verfügung steht. Man sieht da auch die Shownotes, kann zwischen den einzelnen Kapiteln springen, wenn das unterstützt wird. Also ein bekannter Podcatcher für Android wäre zum Beispiel AntennaPod, der sehr beliebt ist und auch sehr gut funktioniert. Also soviel mal zum Thema, was ist überhaupt ein Podcast, was gehört dazu. Dann kommen wir zum Konzept. Bei dem Stichwort Konzept, da zucken viele bestimmt zusammen, weil sie denken, oh Gott, das klingt nach Arbeit. Ja, ist es auch. Ich empfehle es aber, dass bevor man einen eigenen Podcast startet, dass man sich mal hinsetzt und ein Konzept erstellt, wo man aufschreibt, was man überhaupt will. Und ihr seht hier auf dieser Folie, dass ich da verschiedene Themen aufgelistet habe. Also das Konzept soll verschiedene Fragen beantworten. Worum geht es inhaltlich? Wie läuft der Prozess ab? Wer macht da überhaupt mit? Welche Technik will ich verwenden? Also der Podcast braucht einen Namen. Der Name ist eventuell auch gut genug, dass man irgendeine Domain findet, die noch frei ist dafür. Dann braucht es natürlich ein Thema, eben Stichwort Katzen, Gartenzwerge oder Sonstiges, worüber man reden will. Oft braucht es auch ein Ziel. Also will man irgendetwas erreichen mit diesem Podcast? Also zum Beispiel bei uns beim GLN-Podcast ist ganz klar, wir versuchen halt, die freie Botschaft und die freie Gesellschaft zu fördern und mehr Leute dafür zu begeistern. Dann Zielgruppe ist auch ganz wichtig. Gerade so bei jüngeren Leuten, Jugendlichen, denke ich, ist es noch schwierig, die für einen Podcast zu begeistern. Oder weil die lieber halt auf Insta oder TikTok oder YouTube rumhängen. Also das sollte man sich auch überlegen. Wen erreicht man überhaupt mit dem Podcast? Und dann mehr so organisatorische Dinge, also die Häufigkeit. Wie oft mache ich einen Podcast? Jetzt bei allen Podcasts, die ich bisher gemacht habe, die fanden nur einmal im Monat statt. Also der GNU-Linux-News-Podcast kommt am jeden ersten jedes Monats raus. Und das ist eigentlich etwas zu wenig. Also in der Regel erscheinen Podcasts wöchentlich, schlimmstenfalls alle zwei Wochen. Und wenn es ganz schlecht läuft, dann monatlich. Es geht so ein bisschen darum, ja, dass die Leute, wenn sie dann ihren Rasen mähen oder wenn sie am Pendeln sind, im Bus sitzen, eine gewisse Verlässlichkeit haben, wie oft denn eine neue Folge kommt. Wenn man das nur monatlich macht, ja, dann gerät man halt schnell in Vergessenheit. Auf der anderen Seite steckt natürlich auch eine Menge Arbeit dahinter. Also bei uns ist das so, wir schaffen das einfach nicht öfter als einmal im Monat. Dann die Dauer. Wie lange soll so eine Folge dauern? Das korreliert ein bisschen mit der Häufigkeit. Also ich sage mal, je seltener man das macht, desto länger kann man das auch aufziehen. Wenn man das wöchentlich macht, dann reicht es ja auch, wenn man irgendwie eine halbe Stunde lang eine Folge macht. Dann geht es um die Sprecher. Ja, also man muss natürlich Leute haben, die Lust haben mitzumachen. Wie gesagt, häufig sind es zwei Personen, die an einem Podcast teilnehmen. Es können aber auch mehr sein. Also bei uns sind es in der Regel drei oder normal vier Personen plus noch ein Interviewpartner. Was auch zum Konzept gehört, ist der Prozess. Also wie macht man das? Also wir machen immer eine Resi, also eine Redaktionssitzung, ein paar Tage vor der eigentlichen Aufnahme. Was wir in der Resi machen, erkläre ich gleich noch. Dann kommt die Aufnahme und wenn man dann alles im Kasten hat, kommt die große Arbeit der Postproduktion. Also das ganze Schneiden und Publizieren erkläre ich gleich auch noch. Dann sollte man sich vorher überlegen, in welchem Raum macht man das? Also ist es möglich, dass man sich live zusammensetzt an einem Raum und gemeinsam das aufnimmt oder macht man es remote? Da muss man sich überlegen, welche Technik man einsetzt, also Stichwort Mikrofone, Kopfhörer, Interfaces und welche Software man einsetzt, um nachher die Folge abzumischen und zu produzieren. Zu den ganzen Themen komme ich dann gleich noch im Detail. Interviews ist noch ein gutes Stichwort. Das kann man sich auch im Konzept überlegen, ob man so ein Podcast mit Interviews bereichern möchte. Also ein Interview ist dann einfach ein Gespräch mit einer Person, die eigentlich mit dem Podcast nichts zu tun hat, die aber zum Thema passt und mit der man dann halt über einen interessanten Bereich diskutieren kann und das dann in den Podcast mit reinnimmt. Mehr Informationen zu dem Thema findet ihr unter dem Link, den ich unten da noch eingeblendet habe. Rumtreiber.ch ist meine persönliche Homepage und da habe ich halt ein paar Artikel geschrieben zum Thema Wir machen Podcast. Da findet ihr das Ganze dann nochmal recht ausführlich. Kommen wir zum nächsten Thema, die Technik. Ja, also Technik ist oft hier eine Geldfrage beim Podcasten. Da kann man sich für Königslösungen entscheiden oder für Lösungen mit kleinem Budget. Ich habe hier mal so die zwei Extrema aufgelistet. Also wenn ihr den Goldstandard haben wollt, dann kauft ihr euch ein Shure SM7B. Das ist das Mikrofon, mit dem Michael Jackson das Album Thriller aufgenommen hat, beziehungsweise mit dem Vorgänger vom SM7B. Das ist so das, was bei sehr vielen Podcasts verwendet wird. Also eins der besten Mikrofone, die man kaufen kann. Ihr seht es auch am Preis, den ich hier angegeben habe, so circa 370 Euro. Da muss man also einen guten Stand haben, damit man am Weihnachten das Geschenk bekommt. Es gibt aber auch andere Lösungen, die gut genug sind. Eine Empfehlung wäre hier das Rode NT-USB Mini. Das kostet so ungefähr 95 Euro, hat eine gute Klangqualität, ist einfach zu bedienen. Man sieht es schon am Namen, ist ein USB-Mikrofon. Da steckt man einfach in USB-Eingang und fertig. Beim SM7B, also bei dem Shure-Teil, braucht man noch ein separates Interface. Das habe ich unten aufgeschrieben. Das kostet dann auch noch mal 100 Euro extra. Das Problem beim SM7B ist, das, was da rauskommt aus dem Mikrofon, ist so schwach, dass es unbedingt verstärkt werden muss. Sonst habt ihr nachher in eurem Audacity, wenn ihr das abmischt, hört ihr da fast nichts. Empfehlen kann ich da das Focusrite Scarlett. Das gibt es mittlerweile, ich glaube, schon in der dritten Version. Und die dritte Version verstärkt auch noch etwas besser mit einem geringeren Rauschlevel als die Version 2, die ich hier noch habe. Also so ein Interface kommt dann beim SM7B nochmal hinzu. Dann seid ihr dann schon bei knapp 500 Euro, wenn ihr noch einen Mikrofonarm mit einrechnet. Da zahlt man so 20 bis 60 Euro, je nachdem, wie wackelig der sein darf. Also Goldlösung 500 Euro und die einfachere Variante, da seid ihr dann mit etwas über 100 Euro dabei. Und Kopfhörer braucht man natürlich auch. Das ist jetzt nicht so kritisch. Da kann man im Grunde genommen jeden Plugin oder jeden normalen Kopfhörer, den man hat, für verwenden. Man muss gucken, dass er einigermaßen abgeschirmt ist. Sonst hat man so Übersprecheffekte. Dass das, was während der Aufnahme aus dem Kopfhörer rauskommt, dass sich dann das in Teilen noch aufs eigene Mikrofon überträgt. Das ist ja nicht so nett. Eine Empfehlung ist hier der Klassiker überhaupt. Bayer Dynamic DT 770 Pro. Das ist ein Studiogerät. Das ist nicht teuer. Müsst ihr darauf aufpassen, welchen Widerstand das hat. Ich empfehle hier die Variante mit 80 Ohm. Das ist jetzt ein Widerstand, den ihr schlecht am Smartphone verwenden könnt. Da ist man eher so bei 25 Ohm. Und es ist auch kein Widerstand, den man für professionelle Zwecke verwendet. Da ist man mehr so bei 250 Ohm. Also 80 Ohm ist so das Mittelding, was man am eigenen PC gut betreiben kann. 130 Euro ist eigentlich ein schmales Geld für dieses sehr gute Gerät. Wer mal Interviews machen will, braucht man natürlich spezielle Mikrofone. Da empfehlen sich so Dual Lavalier Ansteckmikrofone. Kennt ihr vielleicht. Das ist so ein Kabel. Auf der einen Seite hat man so zwei Mini-Mikrofone, die man sich ans Reverse stecken kann. Und auf der anderen Seite hat man einen Mini-Klinkenstecker, den man ins Smartphone einstecken kann. Falls ihr noch ein Smartphone habt, das dann Klinkenstecker bietet. Und dann kann man halt mit einer entsprechenden Recording-App auf dem Smartphone das Interview aufnehmen. Und kann halt zum Interviewpartner gehen, sich da in einem Raum zusammensetzen und die Sendung aufnehmen. Die Dinger sind nicht teuer. Die gibt es so ab 20 Euro. Also das Vorgeschlagene hier, dieses Boyer, kostet 30 Euro. Ihr könnt euch dieses Geld aber auch sparen, indem ihr das Interview remote aufnehmt. Dazu komme ich dann gleich auch noch. Ja, also die Technik. Dann allgemeine Vorbereitung. Also man muss natürlich ein Sprecherteam zusammenstellen. Wie gesagt, zwei bis vier Personen. Es braucht eine Terminabsprache mit den Sprechern für die nächste Folge. Das klingt jetzt trivial, wenn ich das da so hinschreibe. Aber glaubt mir, ich habe oft schon da gesessen und war der Einzige in der Sendung. Und die anderen hatten es irgendwie verpennt, waren nicht dabei. Also da braucht es eine gewisse Disziplin, damit das auch funktioniert, damit ihr regelmäßig Folgen rausbringen könnt. Falls ihr Interviews machen wollt, die müssen auch vorbereitet werden. Also ihr müsst natürlich einen Interviewpartner finden. Ihr müsst einen Termin mit ihm finden. Ich erstelle immer Musterfragen, damit der Interviewpartner sich vorbereiten kann. Und da muss man natürlich die Aufnahme planen, weil oft sind das Leute, die sind nicht besonders technikaffin. Denen muss man dann eine einfache Lösung bieten, um an dem Interview teilnehmen zu können. Komme ich auch noch drauf. Dann zur Vorbereitung gehört auch jedes Mal Redaktionssitzungen durchführen. Es gibt sicher auch Podcasts, die vor der Aufnahme keine Redaktionssitzungen machen. Die sind dann in der Regel so eingespielt, dass sie das nicht mehr brauchen. Am Anfang macht das aber Sinn. In der Redaktionssitzung legt man die Themen fest, die man besprechen will. Man legt die Reihenfolge fest, also wer spricht zuerst über was, damit es auch interessant wird. Zeit für die Vorbereitung zwischen der Redaktionssitzung und der Aufnahme sind so zwei bis drei Tage. Also das ist die Zeit, die man dann hat, um sich auf die vereinbarten Themen vorzubereiten. Zeitaufwand für die Redaktionssitzung selbst, circa eine Stunde. Man legt dann den Aufnahmetermin fest und hat dann eben in diesen zwei bis drei Tagen ungefähr einen Aufwand von zwei bis drei Stunden, um sich auf das Thema vorzubereiten, damit man weiß, wovon man redet. Das sind alles so Erfahrungswerte, die ich halt in den letzten Jahren gesammelt habe. Das ist die Vorbereitung, dann Shownotes und Dateien. Also irgendwo muss man das Zeug ja ablegen und wieder aufrufen können und dafür bieten sich Shownotes an. Also die Shownotes haben zwei Effekte, zwei Ziele. Einerseits dienen sie dazu, schon in der Redaktionssitzung aufzuschreiben, wer macht denn jetzt welches Thema und vor allen Dingen dann in der Vorbereitungszeit Stichworte zu dem Thema aufzuschreiben, weil man will ja nicht so eine One-Man-Show haben, wo dann nur eine Person zu einem Thema was erzählt. Viel interessanter ist es ja, wenn alle teilnehmen, dann an diesem Thema diskutieren können. Und da sich die anderen in dem Thema dann eventuell nicht so gut auskennen, macht es eben Sinn, dass man in die Shownotes bestimmte Stichwörter reinschreibt, damit die anderen Mitredenden halt so eine Art Leitfaden haben, roten Faden haben, damit da auch eine Diskussion zustande kommt. Genau, als Empfehlung für solche Shownotes kann ich die Markdown-Dokumente in Nextcloud empfehlen. Also Nextcloud ist sowieso mal eine coole Empfehlung für die eigene Cloud, für die selbst gehostete Cloud. Und da drin gibt es halt Textdokumente, das sind so Markdown-Dokumente, die auch kollaborativ bearbeitet werden können von allen. Da kann man also mit wenig Formatierung, kann man da ganz gut solche Shownotes aufschreiben. Ihr seht hier rechts eingeblendet die Shownotes der letzten GLN-Folge. Also da gibt es, ihr seht das, da gibt es so Intro oder also wie heißt der Intro-Spruch, was macht man, geht man auf Feedback ein und dann kommen weiter unten dann die einzelnen Themen mit Informationen, damit alle Bescheid wissen, wovon man redet. Auf der Nextcloud kann man natürlich neben den Shownotes dann auch später die Audiodateien ablegen, die man da produziert hat. Und da fallen einige an. Man hat dann die Rohdateien, man hat die bearbeiteten Dateien, man hat das finale MP3, was man erzeugt. Also da braucht man dann auch einen Ablageort, damit alle Beteiligten darauf zugreifen können. Es empfiehlt sich da natürlich, einen Verzeichnisbaum für die einzelnen Folgen aufzubauen. Ja dann, wenn man vorbereitet ist, findet dann die eigentliche Aufnahme statt und da muss man jetzt auch nochmal unterscheiden, wie man das macht. Es gibt die Variante, dass man es vor Ort macht, also alle Sprecher sitzen im selben Raum. Das hat Vorteile und Nachteile. Der Nachteil ist, man braucht ein Interface, in dem man alle Mikrofone einstöpseln kann. Also hier so ein Focusrite Scarlett, das was ich jetzt habe, das hat zwei Mikrofoneingänge. Es gibt auch eine Variante nur mit einem, die hilft einem natürlich nichts. Und es gibt auch größte Varianten, wo man vier Mikrofone einstecken kann. Kostet natürlich alles Geld. Also technisch ist es eigentlich etwas aufwendiger, in einem Raum das zu machen. Der riesige Vorteil, wenn man zusammensitzt, ist die Mimik. Das bedeutet, man schaut sich ins Gesicht und man kann sich Zeichen geben. Man redet viel weniger dem anderen ins Wort rein. Und es ist einfach eine angenehmere Situation bei der Aufnahme, auch lustiger, wenn man sich da gegenübersteht an den Mikrofonen und sich da Zeichen geben kann. Man sieht, wie einer das Gesicht verzieht, wenn man irgendeinen Unsinn erzählt hat. Das sind alles Dinge, die sind wesentlich schwieriger, wenn man das nicht vor Ort macht. Wir sind seit langer Zeit, wir haben das am Anfang gemacht bei LibroZoom, sind dann eigentlich auch wegen Corona, sind wir dann aber auf die Remote-Variante übergegangen. Also das heißt, jeder Sprecher sitzt zu Hause im eigenen Kämmerlein und nimmt da auf. Das erfordert mehr Übung und Disziplin. Ich habe es gerade schon gesagt, oder man fällt sich schneller ins Wort. Man sieht nicht, wie das, was man gesagt hat, bei den anderen ankommt. Also man kann weniger auf Signale reagieren. Aber ein Vorteil ist, man braucht weniger Technik. Da komme ich gleich noch zu, warum man weniger Technik braucht. Dann gibt es noch das Stichwort Double Ender. Double Ender bedeutet, alle nehmen lokal auf und zwar nur ihre eigenen Spuren. Das wird häufig gemacht, hat aber einen großen Nachteil. Man braucht nämlich ein Synchronisationssignal, damit man die Spuren nachher überhaupt synchron abmischen kann. In der Regel wird dafür so ein Klatschen verwendet. Also man fängt die Aufnahme an, jeder nimmt bei sich lokal auf und dann wird dann gezählt, eins, zwei, drei, klatschen. Und das Klatschen ist dann so dieses Synchronisationssymbol, was man dann nachher in der Digital Audio Workstation übereinanderlegen kann, damit die Spuren synchron sind. Finde ich ziemlich mittelalter, habe ich noch nie so gemacht. Gibt bessere Varianten, nämlich zum Beispiel eine Teamaufnahme. Da bietet sich die Software Studio Link an. Da können sich alle einwählen. Alle Tracks werden zentral aufgenommen. Alle Spuren sind absolut synchron. Und das wäre meine Empfehlung zu Studio Link, sage ich auf der nächsten Folie etwas. Studio Link ist freie Software. Die läuft im Webbrowser ab. Also man installiert Studio Link, also konkret Studio Link Standalone. Da gibt es eben auch mehrere Varianten. Es gibt eine, die sich in die DAW Reaper einbinden lässt. Aber ich rede jetzt hier von der Standalone Variante. Die kann man sich runterladen bei Studio Link. Kann die installieren und die öffnet sich dann im Webbrowser. Man bekommt da drin eine hochwertige Audio-Verbindung über das Internet. Es können in der freien Version, ich weiß es gar nicht, fünf Leute parallel teilnehmen. Das erzeugt synchrone Einzelspuren im FLAC-Format, also hohe Qualität. Und zwar bei jedem, der teilnimmt. Also bei jedem, der teilnimmt, werden alle Spuren von allen Teilnehmenden aufgenommen. Man hat also praktisch auch noch so einen Backup-Effekt dabei. Also wenn jetzt bei einer Person der PC abkackt und die Daten verloren gehen, dann hat man bei dem anderen Podcast-Teilnehmer trotzdem noch alle FLAC-Spuren vorhanden. Größter Vorteil von Studio Link ist, das ist super easy. Das ist so einfach, dass man es auch für Interviews verwenden kann. Also ich habe das jetzt x-mal gemacht oder habe den Interviewpartnern gesagt, hier installiert euch Studio Link. Das ist eine Datei. Ich glaube, es ist ein App-Image, was man dann hat. Eine Datei. Draufklicken. Dann öffnet sich im Webbrowser ein Fenster. Ihr seht hier, wie das Fenster aussieht. Dann sieht man halt seinen eigenen Mikrofon-Level. Rechts kann man dann die Partner hinzufügen. Jeder bekommt dann so eine Studio Link-ID. Ihr seht das da. YourID. i-irgendwas-at-studio-link. Studio.link. Die kann man dann bei Enter Partner reinnehmen. Und dann kommen diese ganzen Teilnehmenden oder Interviewpartner, die kommen dann dazu. Und dann kann man oben in der Mitte auf Record drücken. Und dann werden diese Spuren lokal aufgenommen. Bei jedem Teilnehmen, der bei sich auf Record drückt. Also man hat dann auch eine schöne Redundanz. Ja, das wäre die Empfehlung fürs Aufnahmetool. Hat sich bei uns sehr bewährt. Ja, zweiter Teil der Aufnahme. Was gilt es zu beachten? Man braucht natürlich Ruhe und Zeit. Also man sollte in einem Raum sein, wo man keine Nebengeräusche hat. Türen schließen, Fenster schließen, nicht über WLAN verbunden sein, sondern über LAN wegen der Latenz ist ganz wichtig. Ich würde alle unnötigen Geräte ausschalten, also kein Smartphone daneben haben, sonstige USB-Geräte ausstöpseln. Alles, was ihr an zusätzlicher Elektronik oder Geräten im Raum habt, kann sich störend auf die Aufnahme auswirken. Beispielsweise einstreuen von Brumm ins Mikrofonkabel. Ja, also alle elektronischen oder akustischen Störungen vermeiden. Katzen rauswerfen. Genau, und dann verwendet man als Leitfaden diese Shownotes, also die gemeinsamen Notizen, die man in der Vorbereitung angefangen hat und in der Vorbereitungszeit, also in diesen zwei bis drei Tagen, geschrieben hat. Da kann man sich dann wunderbar durch die Sendung hangeln. Wichtig für so eine Folge ist auch eine Struktur. Also beispielsweise, man hat am Anfang eine Intromusik, dann gibt es so eine Vorstellungsrunde, was ist denn so gelaufen, was habt ihr denn gemacht? Dann kann man zum Beispiel Feedback geben, was ist von der letzten Folge an Feedback reingekommen? Dann kommt man zu den einzelnen Themen. Zum Schluss macht man vielleicht das Interview. Dann gibt es eine Verabschiedung und zum Schluss die Outromusik. Das ist das, was ich mit Struktur meine. Das schafft einen Wiedererkennungswert für den eigenen Podcast und bietet den Hörern auch eine Orientierung innerhalb der Folge. Es empfiehlt sich, wenn man eine Person hat, die moderiert, also bei zwei Leuten braucht man das nicht, bei vier Leuten plus Interview macht es schon Sinn. Wenn ein Sprecher so die Moderationsfunktion übernimmt. Zeitaufwand für eine Aufnahme kommt natürlich darauf an, wie lange man aufnimmt. Also unsere Monatsfolgen, die sind so in der Regel anderthalb bis zwei Stunden. Also da muss man diese Aufnahmezeit plus Viertelstunde vorher, halbe Stunde nachher, muss man ungefähr rechnen. Also da kommt man halt schnell auf zwei, drei Stunden für die Aufnahme. Dann, ich gucke mal gerade auf die Uhrzeit, muss mich ein bisschen sputen, aber ich glaube, das passt ganz gut. Interviews. Ja, also Interviewpartner, die wachsen nicht an den Bäumen. Die muss man erst mal anfragen. Also man muss erst mal eine Idee haben, wen könnte man denn überhaupt für ein Interview gewinnen. Dann kann man die Person per E-Mail anschreiben oder anrufen, je nachdem, wie gut man die kennt. Und kann mal fragen, ob die Person überhaupt interessiert ist, ein Interview zu machen. Man kann da auch schon ein Thema vorschlagen. Je nachdem, wer es ist, kann man dem Interviewpartner oder der Interviewpartnerin das auch freigeben und sagen, hör mal, ich würde gerne mit dir ein Interview machen. Hast du denn ein Thema, über das du im Rahmen unseres Podcasts gerne sprechen möchtest? Eine gute Information des Interviewpartners ist sehr wichtig, damit das auch nachher funktioniert. Also man braucht natürlich einen Termin, den man vereinbart. Interviewpartner muss wissen, was das bei ihr oder bei ihm an Vorbereitungszeit braucht, wie lange die Aufnahme dauert. Dann die Technik. In der Regel reicht es für so ein Interview aus, wenn das Gegenüber ein einfaches Headset hat. Das wird dann halt von der Audioqualität nicht so toll. Reicht aber, um das Gespräch gut verstehen zu können. Was ich auch immer mache, falls man dann die Zusage für das Interview hat und das Thema klar ist, erstelle ich immer so einen Katalog von meistens zehn Musterfragen. Das wird dann bei den Interviewpartnern sehr gut angenommen, weil sie sich darauf vorbereiten können, wie das dann im Interview abläuft. Also diese Musterfragen, die muss man da nicht von eins bis zehn durchhangeln. Das ergibt sich dann meistens im Interview. Man hat aber mal so einen Leitfaden. Und das ist für Leute, die jetzt noch nie ein Interview gegeben haben, ist das eine sehr gute Linie, ein sehr guter Faden, an dem sie sich dann selbst durch ihr eigenes Interview hangeln können. Also wichtig ist hier nichts unklar lassen, den Interviewpartner ganz klar sagen und erklären, wie das abläuft. Aufnahme, habe ich schon gesagt. Man kann sich mit dem Interviewpartner treffen. Da braucht man halt so ein Dual Lavalier-Mikrofon, so ein Ansteckding. Habe ich früher ein paar Mal gemacht. Ja, hat man halt die räumliche Situation. Qualität ist auch nicht so toll. Meine Empfehlung wäre, nehmt dafür auch Studiolink. Ich habe noch niemanden gehabt, der nicht in der Lage war, Studiolink Standalone bei sich zu installieren und zu bedienen. Also das hat immer super geklappt. Dann kann der Interviewpartner zu Hause sitzen bleiben und ihr auch. Und ihr könnt das Ganze bequem über Studiolink aufnehmen. Was ich dann auch mache, das ist eher ungewöhnlich, so im Medienbereich. Ich erstelle immer ein Gut zum Senden. Also ich mische dann dieses Interview mal grob ab als MP3-Datei und schicke das dem Interviewpartner zu, damit die Person das Gut zum Senden geben kann. Ich finde das fair, weil dann hat diejenige da nochmal die Möglichkeit, sich das Interview anzuhören und kann sagen, ja, nee, war ja totaler Bullshit, was ich da gesagt habe. Lass es uns nochmal machen. Habe ich übrigens auch noch nie erlebt. Alle haben sich immer darüber gefreut, über das Gut zum Senden und haben gesagt, ja, prima, kannst du senden. Die Lizenz muss man auch klären. Also bei uns ist es immer so, dass alles CCYSA ist, ist aber wichtig, je nachdem, mit wem man redet, die Lizenz zu klären. Was ich auch oft mache, eben wegen der Lizenz, ist das Interview auch zur Eigenverwendung anbieten. Also beispielsweise, wenn man jetzt mit irgendeinem Firmenvertreter oder sowas spricht, dann kann es für die interessant sein, wenn sie dieses Interview auch zu eigenen Zwecken bei sich im Laden verwenden dürfen. Kann man anbieten, muss man nicht. Ich finde es eigentlich noch einen netten Zug. Genau, da muss man das Interview passend in die Folge einbauen. Also wenn man jetzt eine Themenfolge hat, wo man zum Beispiel über, keine Ahnung, über Webbrowser redet und man hat ein Interview, was weiß ich, mit der Chefin von Mozilla gemacht, um da mal ein Beispiel zu nennen. Da muss man halt gucken, wo sortiert man jetzt dieses Interview in der Reihenfolge des Podcasts ein. Zeitaufwand für so ein Interview inklusive Vorbereitung und Durchführung ungefähr drei bis vier Stunden, würde ich da veranschlagen. Dann geht es weiter mit der Produktion. Also das heißt, man hat jetzt die Aufnahme gemacht. Man hat also N plus zwei Stereo-Flag-Dateien lokal auf dem Rechner liegen, die halt bei Studiolink rausgefallen sind. Also N plus zwei heißt, man hat mal die Intromusik, die Outromusik, das sind die zwei und dann Spuren von allen Sprechern und Spuren vom Interview. Da kommt man also dann schnell mal auf acht oder zehn Spuren, die man hat, die alle bearbeitet werden wollen. Ganz wichtig ist, dass man diese ganzen Original-, also diese Flag-Daten, dass man die sichert, weil sie unwiederbringbar sind. Außer man macht jetzt Double-Ender-Aufnahmen, außer man nimmt mit Studiolink auf. Ich habe es schon gesagt, wenn dann alle auf Record gedrückt haben, dann hat man halt Backups, also redundante Spuren. Aber wenn man es jetzt nur selbst aufgenommen hat, dann bitte absichern. Das Erste, was ich nach einer Aufnahme immer mache, ich kopiere alle Spuren mal noch auf ein externes Laufwerk, weil es ist einfach total blöd, oder wenn irgendwas kaputt geht, das ist dann halt unwiederbringbar und man hat viel Arbeit reingesteckt. Genau, und dann geht es los. Für die Bearbeitung dieser Audio-Dateien verwendet man halt eine Digital-Audio-Workstation. Da gibt es verschiedene, aber eigentlich gibt es nur eine, nämlich Audacity. Ich habe mich da schon mit verschiedenen versucht. Ardur bietet sich noch an, aber da werdet ihr vermutlich bei den ersten Schritten schon failen. Also wenn es darum geht, die Stereospur auf Mono abrunter zu mischen, das ist schon eine Wissenschaft unter Ardur. Also ich empfehle euch da Audacity oder vielleicht der Fork, der da demnächst auch zur Verfügung steht, Tenacity. Ihr habt vielleicht schon von den Querelen dann da bei der Muse-Group und Audacity gehört, aber mal abwarten. Im Moment verwende ich immer noch Audacity. Das bietet alle notwendigen Mittel, um so einen Podcast zu bearbeiten und ist relativ einfach zu bedienen. Also man muss sich da natürlich auch einarbeiten und wissen, was man tut. Aber im Vergleich zu anderen Digital Audio Workstations denke ich, Audacity ist die beste Wahl. Ja, was macht man denn so grob? Also die Flaggspuren, das sind Stereo-Aufnahmen, die reingekommen sind, obwohl es natürlich kein Stereo ist. Es sind eigentlich zwei Monospuren. Man braucht aber nur eine Spur. Also deshalb wandelt man die erstmal von Stereo auf Mono um. Und dann hat man natürlich das Problem mit der Lautstärke. Alle haben mit verschiedenen Mikrofonen aufgenommen. Alle Leute haben anders ausgepegelt, reden unterschiedlich laut oder leise. Das heißt, man braucht erstmal ungefähr gleiche Lautstärken. Als erstes lässt man mal über jede Spur einen Kompressor drüber laufen, damit die Höhentöne etwas runtergeschnitten werden. Das Ganze wird etwas angehoben. Ist so eine Art Lautness-Effekt, den man mit dem Kompressor erreicht. Das ist automatisiert. Man markiert die Spur, drückt auf den Effekt Kompressor und das war's. Und dann geht es darum, die Lautstärken wirklich auf ungefähr den gleichen Level zu bringen. Ist ein bisschen mühsam. Da kann man messen in Audacity, welchen dB-Wert hat eine Spur. Kann sich den dann aufschreiben. Kann dann verstärken und kann sich dann so annähern, dass man alle Spuren auf den gleichen Wert bringt. Was weiß ich, auf alle Spuren auf minus 25 Dezibel. Oder bei mir aus, wenn es etwas lauter sein soll, auf minus 20 dB. Da sieht man übrigens auch große Unterschiede, wenn man sich mal andere Podcasts in Audacity reinlädt, also die MP3-Dateien. Oft sind die hoffnungslos übersteuert. Ihr seht auf der rechten Seite in dem Bild, das ist eine Aufnahme aus Audacity. Da seht ihr zwei Spuren. Das sind wirkliche Stereospuren. Und links, das ist etwas verschwommen. Da seht ihr so diesen Bereich von plus minus 1. Und das sieht für mich jetzt nach einer ganz guten Aussteuerung aus. Also wenn das Orange überall an der Decke und am Boden klebt, dann ist das eher übersteuert. Ist dann nicht so nett anzuhören. Gut, also wenn man die Spuren jetzt alle ungefähr auf das gleiche Level von der Lautstärke gebracht hat, dann kann man noch eine automatische Noise Reduction drüber laufen lassen. Dazu wählt man einen stillen Teil pro Spur. Dann wird so ein Rauschprofil ermittelt. Und dann kann man die ganze Spur anwählen und kann die Noise Reduction drüber laufen lassen. Und dann wird eben das Rauschen rausgefiltert. Das sind so die automatischen oder halbautomatischen Arbeiten, die man in Audacity machen kann. Und auf der nächsten Folie komme ich dann zu den manuellen Arbeiten. Ja, also man kann jetzt noch mal per Hand an die, wie heißt das auf Deutsch, keine Ahnung, an die Noise Reduction rangehen und kann irgendwelche M's und Ö's oder Lücken oder Tür zugeschlagen oder die Katze ist doch reingekommen oder jemand hat auf der Tastatur getippt während der Aufnahme. Das passiert oft, hört man sehr gut in der Aufnahme. Also es gibt da viele mögliche unerwünschte Nebengeräusche, die man dann per Hand auch noch rausnehmen kann. Wenn man sich die Arbeit machen will, das ist einer der größten Aufwände. Von Hand irgendwelche M's und Ö's rausschneiden. Ja, da muss man natürlich die Spuren abmischen. Also beispielsweise muss man die Intromusik ausfaden. Dann kommt das Gespräch, die Begrüßung kommt dann da rein. Beim Outro, das faded man in, oder? Damit zum Schluss, wenn man auf Wiedersehen gesagt hat, dann die Outromusik sich einblendet. Da muss man Lücken machen. Beispielsweise, wenn man ein Interview aufgenommen hat, da muss man ja in irgendeiner Spur eine Lücke schneiden, muss die auseinanderschieben und das Interview genau darin einpassen. Also man hat da viel Mausarbeit mit Sachen hin- und herschieben, auseinanderschneiden, zusammenfügen, bis das dann nachher für den Hörer eine durchgängige Aufnahme wird. Dann exportiert man das ganze Zeug, also alle Spuren exportiert man in eine MP3-Datei. Und da muss man ein bisschen gucken. In Audacity kann man dann halt angeben, wie die ID3-Tags, also die Metadaten für die MP3-Datei aussehen sollen. Ich habe euch hier auf dem Screenshot mal gezeigt, was man denn so üblicherweise hat. Also da so eine Copyright-Message oder CC by SA, Publisher, Kommentare. Da kann man zum Beispiel dann die URL auf die Webpage zu dem Podcast unterbringen. Dann Genre-Podcast, Aufnahmejahr, Tracknummer, das wäre dann die Folgennummer des Podcasts, also die 15. Folge. Wie heißt das Kind? Also hier Albumtitel, GNU-Linux-News, der Titel, der Folgentitel, GLN 015, dann das Aufnahmedatum und ja, Artist, solche Angaben kann man auch noch machen. Das sind dann Informationen, die nachher in den Podcast-Playern erscheinen und die auch beim Veröffentlichen auf irgendwelchen Podcast-Verzeichnissen verwendet werden. Also eben diese Werte müssen zum Podcatcher passen. Ich habe da ein bisschen rum experimentiert, damit ich dann die richtigen Werte habe, die die Podcatcher dann auch haben wollten. Genau, also für das Interview kann man dann, habe ich vorhin schon erzählt, eine separate MP3-Datei auskoppeln oder erzeugen, wo dann nur das Interview drauf ist, also nicht die ganze Folge. Und das kann man halt dem Interviewpartner fürs Gut zum Senden schicken. Ja, wie geht das weiter in der Produktion? Kapitelmarken. Also was sind Kapitelmarken? Seht ihr rechts, da habe ich einen Screenshot eingefügt, wo ihr aus einer Folge im Antenna-Pod unter Android die Kapitelmarken seht. Es geht also immer bei der Zeit Null los. Willkommen, dann drei Minuten Feedback, dann ab der siebten Minute erstes Thema, zwanzigste Minute zweites Thema und so weiter. Das wird von den Hörerinnen und Hörern sehr geschätzt, wenn man halt nicht das ganze Ding da durchhören muss, sondern wenn man auf einzelne Kapitel springen kann, kann ja sein, dass einen nur ein bestimmtes Thema interessiert. Ist also mittlerweile Standard, dass man für einen Podcast Kapitelmarken erstellt. Aber Kapitelmarken sind ein trauriges Thema, weil es dafür nicht wirklich Standards gibt. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder man bläst die Metadaten, also diese Kapitelmarken, in die ID.3-Text des MP3-Files hinein. Das kann man machen. Dann stehen die Kapitelmarken als Metadaten mit im MP3-File drin. Oder zweite Möglichkeit, man nimmt sie nicht ins MP3-File, sondern in die RSS-Datei. Die RSS-Datei enthält ja alle Metadaten von allen Folgen. Und da kann man eben auch die Kapitelmarken unterbringen. Da gibt es jetzt wieder Vorteile und Nachteile. Wenn man es in die MP3-Datei mit reinschreibt, dann existieren die Kapitelmarken unabhängig vom gesamten Podcast. Weil sie sind in der MP3-Datei dieser einen Folge mit drin. Aber, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, eine MP3-Datei macht noch keinen Sommer. Oder soll heißen, eine MP3-Datei ist kein Podcast, sondern nur eine Folge von MP3-Dateien, die durch eine RSS-Datei zusammengefügt werden. Das ist ein Podcast. Deshalb finde ich es eigentlich besser, wenn man die Kapitelmarken in die RSS-Datei einfügt und nicht in die MP3. Außerdem ist es viel einfacher, die in die RSS-Datei reinzukriegen. Wichtig ist hier, ausprobieren, was dann im Podcatcher wirklich angezeigt wird, je nachdem, wenn man verschiedene nimmt. Ich habe da mal mit den Entwicklern von Antennapod gesprochen und die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und meinten, das wäre furchtbar. Es gäbe so viele verschiedene Varianten, die man es machen kann, dass sie überhaupt nicht wissen, was sie alles unterstützen wollen. So, jetzt haben wir 19.02 Uhr. Das heißt, ich muss mich mal beeilen. Gehen wir mal weiter. Hier noch ganz kurz, wie sieht das technisch aus? Also, wenn man die Kapitelmarken in die MP3-Datei reinhaben will, dann installiert man sich das Programm MP3-Chaps. Das ist ein Python-Programm. Es stellt eine Textdatei, die, ihr seht das hier, genauso heiß wie die MP3-Datei, einfach mit Chapters dazwischen, schreibt die Kapitel, die Texte der Kapitelmarken mit der Zeitmarke in die Textdatei rein, kann dann MP3-Chats-i, Name der MP3-Datei aufrufen und dann werden die Kapitelmarken in die MP3-Datei geschrieben. Auf der rechten Seite seht ihr, wie man es bei RSS-Dateien macht. Da fügt man einfach so ein Podlove-Chapters-Tags, fügt man in die RSS-Datei mit ein und ihr seht, es ist dann das Gleiche. Ihr seht die Zeitmarken und ihr seht unter Titel dann den Text für die einzelnen Kapitelmarke. Ja, könnt ihr euch überlegen, welche Variante ihr verwendet. Wie gesagt, ich finde die RSS-Variante einfacher. Man kann auch abgucken, wie es andere Podcasts machen, indem ihr in die MP3-Datei reinguckt oder in die RSS-Datei reinguckt. Ihr merkt, ich werde etwas schneller. Shownotes, die haben wir ja erstellt während der Redaktionssitzung und haben die in der Vorbereitung dann weitergeschrieben. Die Shownotes bilden praktisch die textliche Begleitung zum Podcast. Also man kann da nachlesen, welche Folge ist das. Man kann den Podcast innerhalb der Shownotes anhören und man hat natürlich die ganzen Notizen zu den Themen, die dort behandelt worden sind. Wir machen es so, wir verwenden zum Abspielen in den Shownotes, also das ist dann natürlich eine Webpage, verwenden wir ganz einfach den HTML5 Audio Tech. Der kann halt nichts. Der kann halt einfach die MP3-Datei abspielen. Der kennt aber keine Kapitelmarken und gar nichts. Je nachdem, wenn man da mit WordPress oder sowas unterwegs ist, gibt es auch Plugins, die dann mehr Features bieten, um die Podcast-Folge auf der Webpage selbst abzuspielen. Habe ich hier was Wichtiges vergessen? Nein? Okay, dann geht's weiter. Publikation. Wir verwenden ein eigenes Werkzeug. Feeder heißt das für die Publikation. Das lädt unsere MP3-Datei auf den Server hoch, prüft, ob die Shownotes als Artikel auf der Webpage existieren, prüft, ob Kapitelmarken erstellt wurden, generiert die Podcast-RSS. Wir haben eine normale RSS-Datei mit unseren ganzen Newsartikeln und daraus generieren wir dann nochmal eine Spezial-RSS-Datei, die nur die Podcast-Beiträge enthält. Die wird dann wieder hochgeladen. Dann generiert Feeder dann auch noch Monatsstatistiken dazu. Und ja, das ist es eigentlich, was wir haben. Also ihr seht, der GLN-Podcast verwendet keinerlei externe Werkzeuge. Alles selbst gehostet, alles mit freier Software und selbst gemacht. Extern muss man halt schauen, dass man seinen Podcast registriert. Ich habe es schon mal gesagt, FYBD, G-Podder, Podcast Index.org oder wenn es denn sein muss, auch Spotify und sonstige Sachen. Da muss man sich registrieren. Die haben dann halt einen Link auf die RSS-Datei, die von eurem Server dann gezogen wird. Was wir auch noch machen, wir posten alle Artikel automatisch auf Mastodon und Twitter. Und außerdem haben wir halt auch noch Partner, der Ferdinand Thomas von linuxnews.de. Da werden die Podcasts in eigenen Artikeln dann auch nochmal promotet. Und über Social Media, andere Partner und Sponsoren kann man sich dann individuell Gedanken machen, was man da noch haben will. Jo, und damit kommen wir schon zum Schluss. Was sind jetzt die großen Herausforderungen, wenn man einen eigenen Podcast macht? Man muss natürlich interessante Themen finden. Man braucht Leute, die mitmachen, also Co-Podcaster. Die sollten auch ein Commitment abgeben oder nicht irgendwie jedes dritte Mal ausfallen. Das ist schon wichtig, dass man da eine Kontinuität mit den Leuten hinkriegt. Dann kann man sich die Frage stellen, ob man alles selbst machen will wie wir oder ob man auf irgendwelche Bezahl-Podcasting-Dienste ausweicht, die einem dann arbeiten, abnehmen. Interview-Partner finden ist auch eine Herausforderung. Und natürlich die technische Herausforderung. Also die eigentliche Aufnahme, welche Mikros nimmt man, wie funktioniert das, wie mischt man den ganzen Kram ab. Das ist so eine Übungssache. Ich habe es am Anfang gesagt, ich kann es nach drei Jahren noch nicht richtig. Aber das macht natürlich auch Spaß und da kann man sich richtig reinfuchsen. Ja, und jetzt, also eben, wenn ihr etwas zu sagen habt, dann macht einen eigenen Podcast und nimmt es auf. Denkt dran, gute Planung und Struktur ist das A und O dabei. Unterschätzt die technischen Herausforderungen nicht. Das braucht Übung. Abmischen, bekannt machen, wie man mit den Mikros umgeht. Aber eben, Übung macht den Meister. Auf der allerletzten Folie habe ich euch jetzt noch einige Links aufgeschrieben, wo ihr weitere Infos zum Thema Podcasten findet. Ihr könnt aber auch gerne mit dem GNU Linux CH Team reden, mit Leo, Daniel, Dennis, Joel, Tim, Toksokami, Norbert oder meiner einer und ganz vielen anderen aus der Community. Und wenn ihr mal bei einem Podcast mitsprechen wollt, dann kommt einfach zu uns, zu GNU Linux CH. Da könnt ihr mitschreiben und mitreden. Dankeschön, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Amos. Dav кажется. Ähnlich. 20